Jo und herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play. Ja ist jetzt wieder eine Weile her. Ich konnte nicht so streamen wie ich wollte. Aber jetzt geht es ja weiter. Ich lasse jetzt mal das ganze Zeug hier. Ich war ja kluge überladen und das sehr stark. Ich muss jetzt erst mal wieder gucken was ich hier... Was ich hier alles hatte, ist jetzt eine Weile her. Ähm... Das... 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 Wenn ich glaube es reicht. Das brauche ich auch nicht alles. Angelzeug habe ich. Oh da kann ich die Schnur und das rein machen. So... Ich muss jetzt erst mal gucken was ich hier alles hatte. Noch... Das noch... Bärenflechte... Das brauche ich jetzt auch nicht. Brauche ich jetzt auch nicht. Das ehrlich gesagt auch nicht. Das eigentlich auch nicht. Stoff ist immer mal wichtig. So... Ähm... Eating... Aber wie gesagt... Ich habe jetzt lange nicht mal gespielt. Ich muss erst mal gucken was ich hier habe. Und was ich überhaupt noch essen kann. Geschmacklos... So... 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 Den Mumpel mal holen wir weg. So... Okay... Ja wir sind ja jetzt hier von der Jagdhütte zu dem Lagerbüro gekommen. Jetzt muss ich erst mal gucken was ich überhaupt ähm... Machen musste noch. Neben Story... Finde und ernte und bereite einzige Eipflanzen zu. Artflechtenverband. Lackbohrling Tee... Ja... Ähm... Lerne wie man einen Köder herstellt und fange Fische im Rätselsee. Fange einen Fisch an einem Angelloch zu finden. Einen Eisfischerhütter. Fünf Kilo. Okay... Schließe die Einzellektion des Überlebens-Trainings ab. Die Grundlagen des Überlebens... Schließe die Einzellektion des Überlebens-Trainings ab. Bla 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 bla... Jo... Okay... Krieg mal hin. So... Ich hoffe mal erst kein... Wulff... Na kurz mein Handy leise stellen... So... Oh wie gesagt... Viel... Arbeiten... Hab auch gestreamt... Also wer mal Interesse haben sollte... Ich habe auch einen Stream-Kanal... Warte mal... Hier gab es so eine... Hier gab es so einen hinteren... Gang her... Aber wie gesagt... War mal eine Zeit lang... Ziemlich stressig... Aber jetzt... Jetzt wieder... Jetzt hab ich mal wieder schnell aufgenommen... Und... Jetzt geht's auch weiter... So... Wie gesagt... Ich hab auch einen Stream-Kanal... Das... Ist eigentlich verlinkt oben in meiner... In meinem Profil... In dem Banner da... Oben rechts in der Ecke... Wer Interesse mal hat... Einfach mit drauf schauen... Das... Ziemlich auch... Ab und zu mal... So... Als kleine Information... Wer Interesse hat... Wer Interesse hat... Ich muss halt oben mal gucken... Hier rennt ja auch so ein komischer Bär rum... Wo der ist... Das weiß ich nicht... Kann nur sein... Wie das genau da hinrenne... Zu dem... Wie gesagt... Ich habe keine Ahnung hier... Wie das mit dem... Mit dem Bären ist hier... Aber hier scheint keiner zu sein... Stets stille Lichtung... Aber hier scheint auch nix zu sein... Oder... Außer... Wow... Ein Tannenholz... Uh... Dafür bin ich jetzt hier hingelaufen... Ja... Krass... Ok... Na gut... Umsonst hierher gelaufen... Oh... Gut... Na wie gesagt... Switcher Kanal... Habe ich auch... Will mich auch immer mal... Jo... Und jetzt machen wir mal weiter... In dem Spiel... Wir sollen ja eigentlich... Zu den Damm laufen... Aber... Ich gucke mich jetzt... Erstmal hier um... Und wie gesagt... Ich kenne mich ja noch... Ein bisschen aus... Vom... Überlebensmodus... Hier... Von daher... Passt das schon... Wir können ja dann mal... Probieren... Ähm... Mal wirklich Eis zu fischen... Wenn da wirklich Rehe... Auf dem See rum... Ok... Da ist auch ein Zugang... Da oben... Bär und die Bärenflechte... Soll ich ja auch noch sammeln... Guck mal... Was da los ist... Die ganzen Rehe da... Auf dem Eis... Traurige Musik... Traurige Musik... Hätte ich da einen Schlüssel dafür... Braucht man da Schlüssel... Für die... Äh... Hütten... Hallo... Neuer Ort... Hütte... Hm... Nett... Ich habe eine Hütte entdeckt... Buchstabe Papier... Brauche ich jetzt nicht unbedingt... Nehme ich mal mit... Essen... 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 Ja... Das kannst du essen... Das hast du richtig erkannt... Magnesiumfackel... Nehme ich mal mit... Ist da noch irgendwas drin... Kehrenfisch... Buch... Zeitung... Brauche ich nicht unbedingt... Gucke ich mal... Ob ich den anziehen kann... Buch... Tisch... Stuhl... Gibt es hier irgendwas... Interessantes... Neh... Doch noch was zu trinken... So... Hier unten noch was... Doch... Ein Plastikbehälter... Oder wo... Hier... Ok... Noch irgendwas... Interessantes... Wollsocken... Ja... Hier habe ich mir so... Keine Ahnung... Wo ich das finde... So... Jetzt fordern wir mal schnell was... Oh... 17%... Hm... Ob das gut geht... Weiß ich jetzt nicht... Kann sein, dass da vergiftet wird... Hm... Glück gehabt... So... Ok... Ähm... So... So... Mein gutes Zollegespiel... Mal wieder zerlegen... Ne... Also... Den brauchen wir auch nicht... Und da werde ich dann bestimmt dann nochmal schlafen gehen... So... Wollsocken noch... Ne... Ne... Zollegen... Naja... Das ist mir schon klar... Guck nochmal... Ob ich in die andere Hütte gehen kann... Ich hoffe mal... Der Bär kommt hier nicht... Rennt hier nicht rum... Das wäre ein bisschen blöd... Wie gesagt... Mit den Bären... Da habe ich noch gar keine Ahnung... Wie das funktioniert... Wie der hier... Sind die alle zu... Ne... Äh... Wie... Wie das sich verhält mit... Ob der hier rumrennt... Random... Oder... Ob der nur... In bestimmten Szenen kommt... Jetzt muss ich wohl hier anmachen... Oder was... Und... Sehen wir nicht... Bei YouTube... Stapel Papier... Ne... Die Bücher brauche ich auch alle nicht... Häh... Nix... Drohe... Okay... Hier irgendwas... Nö... 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 Wie gesagt... wenn ich was über sehr dann ist das halt so hat die stadt aber sonst ist ja nix oder ich dachte hier ist was besonderes ich sagte auf steuerung muss ich erst mal reinkommen ich liebe dass das zeug zu zerlegen gut so haben wir noch irgendwas ich weiß dass es hier unterschiedliche häuser gibt aber was müssen wir eigentlich machen zu dem staudamm ich bin ja vollkommen in der falschen richtung hier bin ich da muss ich hin und ich weiß eigentlich wo ich hin muss zu dem staudamm da gibt es so viel noch dann schließfach geht es noch schlüssel c2 seehütte 3 ein schlüssel zu einer hütte am rätsel see ok das war das mit dem jahr mit der erklärung auf pause drücken könnt euch das gerne durchlesen könnt ich stets mir das dann immer offline noch mal durch weil das ist mir eigentlich gesorgt so viel text und jetzt werde ich erst mal pennen gehen ach so ging das zwölf stunden so trinken trinken so zack so so ich weiß ja nicht ob wir jetzt den rätsel sehen noch ein bisschen erkunden das komische eisfischen das können wir auch mal später machen also es wird natürlich gewünscht dass wir erst mal die die dings machen äh die die extra also die die nebenquests ich weiß halt nicht wo wo der bär kommt das weiß ich nicht hat das holz knacken ist schon cool gemacht es ist es ist es ist es 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 muss es solche Gräufe. So, gucken wir mal die Eishütten ab. Aber hier wird nichts besonderes drinnen sein, denke ich mir. So. Aber wir können ja ein bisschen was zu essen sammeln. Brandbeschleuniger. Update. Äh, hat er so lange da kein Update. Okay. Gut. Lade ich dann runter. Einfache Notiz. Lesen. Sieht aus, als wäre diese kleine Notiz für eine bestimmte Person gedacht. Schwer vorzustellen, da diese Gegend sehr karg ist. A Strich A. Ich bin auf dem Weg zum abgeholzten Gebiet. Habe ein paar Vorräter versteckt, wo sie niemand findet. Wenn du etwas brauchst, suche nach dem alten Baumstumpf zwischen zwei Holzstapeln. K. Okay. Einfach nur Tweets. Finde Vorratsversteck im abgeholzten Gebiet im Rätselsee. Na gut, das sind jetzt die ganzen Nebenquests noch. Jo. Buch, 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 Stapel, Stapel. Ähm, Lampenöl. Immer schlecht zu erkennen. Nee, gerne. Nehme ich gerne mit. Stapel Holz. Ja, das mit dem Jagdmesser, das ist mir unerklärlich. Ich weiß auch nicht, wo ich das finden soll. Kann. Vielleicht finde ich das im Damm. Ich würde gerne unten in die Kommentare schreiben, dass ich da ein bisschen auskennt. Ja. Gut, hier ist nichts weiter, oder? So. Jetzt gucken wir mal die eine Hütte noch ab. So. jetzt fü nung. Bw arm. Wo?